Grüß Sie wohl und herzlich willkommen in der Lakeview Bar und Zika Lounge des Bögenstock Ressorts. Ich bin Marie Gerber, Operations Manager von Lakeview Lounge, Room Service und allen Bars im Ressort. Wir freuen uns unfassbar, dass wir Teil der Shortlist der Swiss Bar Awards sein dürfen. Wir sind eine Hotelbar der Superlative. Wir fokussieren uns auf Innovation, moderne Mixology, wo nicht nur die Welt zu Gast ist, sondern auch der Käsessepp herzlich willkommen ist. Hi, willkommen, mein Name ist Marc, und hier ist mein Kollege, Raffael. Wir sind beide Bar-Managerinnen im Ressort. Hier bei Lakeview Bar arbeiten wir mit Homemade Ingredients, Schraps, Cordials und Klarified Produkte, die alle produziert in unserer eigenen Bar-Labs. Wir haben auch viele verschiedene Package, wie Gin-Labs, Cigar-Pärings und Schokolade-Pärings. Einige von unseren Cocktails sind eine perfekt mit einem Cigar, also vielleicht dieser hier. Please, Ladies and Gentlemen, let me take you to our Cigar-Lounge. Willkommen in unserer einzigartigen Cigar-Lounge mit über 300 verschiedenen Cigar. Unser eigenes kleines Paradies, wo wir auch nach Feierabend gerne mal coole neue Packages kreieren. Aber Jungs, glaubt ihr wirklich, dass wir eine Chance haben? Selbstverständlich haben wir eine Chance. Nur, um es mal kurz zusammenzufassen, unser eigener Gin, Whisky, Mescal, die Birkenstock-Zigarre. Wir ballern hier 1200 Events durch, als ob das nichts wäre. Wir produzieren für sieben verschiedene Outlets. Selbstverständlich haben wir eine Chance. Ja, nicht zu vergessen unsere Bottled Cocktails. Aber ich würde jetzt mal sagen, es ist Zeit, um was zu trinken. Und wir wünschen allen eine phänomenale Award-Night. Cheers!